Der Nationalpark Lorenz in West-Neugenia, Indonesien. Von der Fläche eines mittleren deutschen Bundeslandes ist der größte Nationalpark in Südostasien. Er ist der einzige Park, der sich von äquatornaren Gletschern bis zum tropischen Meer erstreckt. Er umfasst Tiefland, Regenwald, Bergregenwald, Sopalpine, Vegetationszone, Torf- und Süßwassersumpfwald und Mangroven. Seine vielfältige Geologie an der Bruchstelle zweier Kontinentalplatten enthält Fossilien-Fundstellen. Die Zeugnis ablegen von der Evolutions-Geschichte in Neu-Guinea. Der Nationalpark wurde nach dem Niederländer Hendrikus Albertus Lorenz benannt. Geografie Im Nordwesten des Parks liegt der höchste Berg Ozeaniens, die Carstens Pyramide und seine Gletscher im Süden die Arafura-See. Im Westen grenzt der Park an das Konzessionsgebiet der Grasbergmine von Freeport-MC-Morren. Große Teile des Parks sind wissenschaftlich noch nicht erforscht. Einerseits ist der Dschungel des Parks äußerst unzugänglich. Andererseits ist es schwierig eine Zutrittserlaubnis zu erhalten, da das Militär die Befreiungsbewegung Papuas in dem Gebiet vermutet. Fauna und Vegetation Der Nationalpark beherbergt etwa 80% der Säugetieraten und 65% der vorgeladen Westpapuas, zahlreiche noch unerforschte Pflanzen und Tiere. Sowie acht indigene Völker wie die Asmat, Amung, Mnakei, Sempan, Westanien, Kamuro. Durch den Druck von Umweltschützern wurde der Park 1999 unter Präsident Bacharodin Yusuf Habibi von der UNESCO als Naturdenkmal auf die World Heritage List aufgenommen und gehört somit zum Weltnaturerbe. Besonders bedeutend ist der Park durch seine Größe und die Biodiversität, Reichhaltigkeit und Repräsentativität seiner Tier- und Pflanzenwelt. Fast 90% sind unberührter natürlicher Regenwald. Säugetierspezialisten halten den Park für die bedeutendste Region im australopazifischen Raum für die Biodiversität von Säugetieren. Im Park leben etwa 164 Säugetier, 324 Reptilien und 650 Vogelarten. Die Zahl der Insektenarten wird auf etwa 150,000 geschätzt. Unter den Säugetieren einmalig sind die sogenannten Kloakentiere, von denen zwei Arten im Park leben. Der kurz Schnabeligel und der westliche Langschnabeligel, daneben sind die Säuger vor allem durch Beuteltiere vertreten. Darunter sind mindestens vier Cuscus-Arten, der Neuginea, Beutelmada sowie mehrere Arten von Baumkängurus. Unter den Vögeln sind zahlreiche bedrohte Arten, wie der Helmcasua, die Krontaube und der Borstenkopf. Zu den euferfälligsten Arten unter den Reptilien zählen vor allem die beiden Krokodilarten, das Leistenkrokodil und das Neuginea-Krokodil. Eine der aufregendsten Entdeckungen war 1994 der Fund eines neuen Baumkängurus, genannt Dinges so durch Tim Flanneri in der Gegend um Tembagapurabai. Der Freeport-Mine, das auf dem Boden lebende Tier ist auffallend zutraulich und wird vom Stamm der Monie geschützt und als Arne verehrt. Bedrohung Gefährdet ist der Park auch durch die rapide Bevölkerungszunahme der auf über 100.000 Einwohner angewachsenen Stadt Timika. Angelockt durch das Bergbauunternehmen Freeport vor dem Bergbau hatte Timika weniger als 2.000 Einwohner. Das um die Mine zahlreich stationierte indonesische Militär verbessert seinen Kargen sollt unter anderem durch illegalen Holzeinschlag und Schmuggel. Seltener Vögel Bergbau Die größte Goldmine der Welt, die Grasbergmine, ist unmittelbar benachbart. Täglich werden 238.000 Tonnen Abraum über die Flüsse Angawagon und Otomona in den Eikwar-Fluss entsorgt. Kupfer und andere Schwermetalle gelangen bis in die Arafura-See und wurden auch schon im Grundwasser des Parkes in hohen Konzentrationen gefunden. Demgegenüber versteht sich das Lorenz-Nationalpark-Conservation-Projekt als gemeinschaftliche Initiative zur Erhaltung des kommunalen und ökologischen Erbes im Bereich des Lorenz-Nationalparks. 45 Kilometer südöstlich von Grasberg im Höhi-Tal befindet sich ein vermutlich reiches Erzvorkommen, Mamoa. Geologen vergleichen es mit Grasberg, so hat es den Spitznamen Grasberg-Sohn erhalten. 15 der weltgrößten Bergbauunternehmen haben jedoch 2003 ein Abkommen getroffen, Weltnaturerbe-Parks geologisch nicht zu erkunden. Laut dem unveröffentlichten Konzessionsvertrag überschneidet sich Freepods Contract Area B mit dem Lorenz-Nationalpark. Indonesisches Recht erlaubt Bergbau in Nationalparks, da Bergbau als eine höhere Form der Landnutzung angesehen wird als ein Park.